Heute für euch im Test eine 1000 Schuss Feuerwerkkanone aus römischen Lichtern. Wie ihr sehen könnt, habe ich Leslie Böser Chef verwendet. Das ist ja an sich schon ein Feuerrohr mit 100 Schuss. 10 Stück davon ergeben also 1000 Schuss. Ich habe mit zwei Kameras diesmal aufgenommen. Es sind echt wirklich interessante Aufnahmen entstanden. Und ja, genießt einfach das Video und habt viel, viel Spaß. Und ja, genießt einfach das Video und habt viel, viel Spaß. Und ja, genießt einfach das Video und habt viel, viel Spaß. Und ja, genießt einfach das Video und habt viel Spaß. Und ja, genießt einfach das Video. Und ja, genießt einfach das Video. Und ja, genießt einfach das Video. Und ja, genießt einfach das Video.